Willkommen beim Trashtaucher, eurem Kanal für Trash, Bi-Movies und Horror aller Art. Ich bin der Steffen, normalerweise hört ihr mich nur, denn ich bin eigentlich im Podcast-Milieu unterwegs, deswegen auch hier das große, etwas sperrige Teil hier vor meinem Gesicht. Aber ich habe mich getraut, ich habe mir die Kamera hier besorgt und ich möchte nämlich in Zukunft noch persönlichere Reviews geben, dafür sollte man mich am besten natürlich irgendwie zu sehen bekommen. Deswegen habe ich mich hier in meine Filmhöhle zurückgezogen und von hier möchte ich euch mit Reviews, mit Unboxing und allem möglichen, was irgendwie im Trash- oder Horrormilieu vor sich geht, versorgen. Zum Start habe ich mir eine kleine Trash-Perle rausgesucht, die letztes Jahr von einem Festival zum nächsten gehändigt wurde. Und ich habe euch von Kochfilms, ihr seht ihn hier vorne schon im Bild, Psycho Goreman mitgebracht, beziehungsweise PG, wie die coolen Kids heute ja sagen. Zuerst bekommt ihr ein Kurz-Review von mir mit ein paar Facts zum Film, meinem Eindruck und ob er eine Empfehlung ist oder ob ich euch eher davon abrate. Im Anschluss gehe ich nochmal auf dieses formschöne Mediabook aus dem Hause Kochfilms ein und werde euch alle Details verraten, die ihr in und um das Mediabook herum findet. Aber vorab stelle ich mir erstmal eine Frage und auch euch wahrscheinlich. Was zum Teufel, bitteschön, ist ein Psycho Goreman? Teaser! Mom, Dad, ich möchte, dass wir jemanden kennenlernen. Psycho Goreman, auch genannt PG. Ich werde in eurem Blut baden. Habt keine Angst. Habt Angst. Tötet ihn! Cool. Es ist irgendwie ein bisschen komisch. Schön, dich kennenzulernen. Es wäre schöner, wenn du tot wärst. Alles klar, bis dann. So, das war doch mal ein Teaser, oder was? Also ich hatte richtig Spaß damit, aber worum es da in Psycho Goreman so wirklich geht, ich weiß nicht, ob das aus dem Teaser ist. So deutlich hervorgeht. Deswegen nochmal die wirklich kurz, 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 kurz Fassung zur Handlung von mir. Und zwar geht es um die beiden Geschwister Mimi und Luke, die sich ihren Alltag mit dem Erfinden von verrückten Ballspielen meistens vertreiben. Und Mimi ihren Bruder ziemlich oft ärgert und verprügelt und mobbt schon fast. Und irgendwann, als Luke mal wieder verloren hat, darf er zur Strafe etwas sich im Garten betätigen und ein großes, großes Loch ausheben mit der Schaufel. Und sie packt sich darauf ein Ei und freut sich, dass sie mal wieder der Champion der Crazy Ball League, in denen nur die beiden spielen sind. Und während diesem Graben stoßen sie auf ein merkwürdiges, leuchtendes Juwel im Boden, das in einer Art steinernem Behältnis eingesperrt zu sein scheint. Per Zufall lösen sie das Rätsel, befreien das Juwel und zeitgleich einen lilafarbenen, mit Stacheln und Narben überzogenen Tyrannen, der jahrhundertelang das Universum in Angst und Schrecken versetzt hat. Jetzt wieder frei ist und eigentlich am liebsten da weitermachen würde, wo er aufgehört hat, nämlich mit Zerstörung, Gemetzel und jede Menge Folterei. Ja, nur doof, dass es einen kleinen Schwachpunkt bei dem Herrn, der eigentlich keinen Namen hat, gibt. Wer das Juwel besitzt, besitzt auch die Kontrolle über diesen schier unbesiegbaren Schergen. Und Mimi reißt das Juwel an sich und lässt ihre egozentrische Art nun mit ihrem neuen Spielgefährten, den sie den kreativen Namen Psycho Gorman, weil sie sagt, er ist hip, er ist cool, er ist zeitgemäß, so nennen coole Kids ihre Haustiere. Ja, und ab da sind die beiden mit Psycho Gorman auf großer Abenteuer-Tour. Ein großes Abenteuer ist tatsächlich auch Psycho Gorman im Gesamten, denn es sind wirklich 95 Minuten geballte Kindheitsträume, die uns hier Stephen Kostansky um die Ohren haut, beziehungsweise um die Augen. Denn der gute Herr Kostansky, den man hauptsächlich eigentlich bisher so aus dem Horrormilieu kennt, der sich zum Beispiel bereits mit dem 2016er Lovecraftschen Silent Hill-mäßigen Horror im Krankenhaus The Void rund um Kultisten, die auf die Erlösung warten und merkwürdige Tentakelviecher in einem Krankenhaus züchten. Dort hat er sich verausgabt und gezeigt, was der Herr Kostansky so drauf hat. Und das ist allerhand, denn es war echt eklig. Zuletzt hat sich Herr Kostansky 2018 an einem Reboot, beziehungsweise an einer Entstaubung eines ziemlich in die Jahre gekommenen Horror-Franchises versucht, nämlich Leprechaun Returns. Ihr erinnert euch, der fiese Killer-Kobold aus Irland, aber auch dort hat der Herr Kostansky gezeigt, dass er auch das alte Horror-Handwerk gut beherrscht. Und vor allem hat der Mann seine Wurzel nie vergessen, denn er kommt aus dem Special-Effekts-Bereich und ist entsprechend ein großer Verfechter von praktischen Effekten, von Effekten, die wortwörtlich unter die Haut gehen und es zieht er in all seinen Werken durch. Und auch so wieder bei Psycho Gorman, der ein sehr, sehr, sehr praktischer Film ist, auch natürlich mit CGI und allem drum und dran, aber überwiegend besteht es aus Gummi, aus Kunstblut, aus Fake-Gedärmen und allem, wo einem das Trash- und Horrorherz wirklich aufgeht. Für den Herr Kostansky ist hier auch ein Traum in Erfüllung gegangen, denn er hat in einem Interview gesagt, er hat immer davon geträumt, einen Film zu machen, dem er einfach mal Vollgas geben kann, in dem er einfach sagen kann, hey, ich appelliere nochmal an mein zwölfjähriges Ich von lange, lange ist es her und stelle mir vor, meine Mom schickt mich in einen Supermarkt oder in einen Toys R Us oder, ne, gibt's ja nicht mehr, in ein Spielzeuggeschäft eurer Wahl und gebt mir einen 10-Dollar-Schein in die Hand und sagt, hier, Bub, such dir ein Spielzeug deiner Wahl aus, das kannst du dir heute mitnehmen. Und sein Spielzeug der Wahl wäre wohl Psycho Gorman gewesen, zumindest hätte ich ihn sich so vorgestellt, eine abstruse Mischung aus Power Rangers, Ninja Turtles und irgendwie Wishmaster in einen Topf einmal schön durchgerührt und dann kommt raus dieser nette Genosse hier in der Mitte, der nicht immer so nett aussieht wie hier auf dem Cover, denn er ist, wie gesagt, ein Tyrann, ein böse Wicht, der aber von Kindern befehligt wird und der Film Psycho Gorman ist eine Achterbahnfahrt, so viel vorweg, also er ist wirklich gezielt für ein Trash-Publikum konzipiert, muss man einfach so sagen, also der Mann, Herr Kostanski sagt selbst, er ist großer Fan von solchen Blödsinn-Filmen und er wollte auch mal so einen Blödsinn-Film machen, um einfach mal die Sau rauszulassen, einfach mal Spaß zu haben und einfach zu sagen, hey geil, ich suche mal den oberübelsten Motherfucker des Universums, setz den auf die Erde und lass den mal auf eine Shopping-Tour mit einem elfjährigen Mädchen gehen. Entsprechend, das kam dann auch raus, also es ist eine sehr durchmischte Horror-Komödie ist es ja vom Genre her, von der Einordnung her, also man hat nicht nur Splatter und Haut drauf und Köpfe abreißen und zerplatzen und zerbersten und hast ihn nicht gesehen, sondern wir haben auch sehr viel Comedy mit eingebaut, vor allem im Dialog zwischen den Kindern und Psycho Gorman, der mit seiner markanten Sexy-Voice immer wieder gerne Sprüche von sich gibt wie Ich will, dass ihr alle sterbt, ich werde euch foltern und Konsorten. Also Mr. Psycho Gorman ist sichtlich nicht gut gelaunt und auch nicht gut drauf zu reden und er versucht sich auch die ganze Zeit zu befreien von diesem Fluch schon fast, der mit diesem Juwel einher geht und er will einfach nicht von diesen Kindern kontrolliert werden, die ihm dann sagen, hier, okay, jetzt setz dich mal in die Ecke und warte mal, bis wir morgen wiederkommen oder hey, wir haben dir einen Fernseher und Comics mitgebracht, guck dir das mal an, bild dich mal ein bisschen weiter oder ihm versuchen Klopf-Klopf-Witze beizubringen, es ist einfach super strange. Der Herr Kostanski hat hier wirklich alle Register gezogen oder zumindest versucht, denn das funktioniert nicht immer im Psycho Gorman, denn der Film macht durchweg Spaß, also geht gute 95 Minuten, hat wirklich ein gutes Tempo drauf, hat eine schöne Optik drauf, also wirklich super viel geile praktische Effekte, super viele geile Kostüme, what the fuck, Alter, sind da geile Kostüme dabei, also Psycho Gorman selbst sieht ja richtig, also es sieht wirklich aus, als wäre er der übelste Motherfucker im ganzen Universum, das glaubt man ihm, er braucht nur da stehen, so im Halbschatten und man sieht nur die Silhouette, er braucht nicht mal was sagen und man hat sofort so, oh mein Gott, der Kackstift, er kommt, er kommt, oh mein Gott, auch seine gesamte Gefolgschaft, also es werden noch mehr Aliens eingebaut, deswegen, es kommt super krasses Power Rangers oder super Sentai-Feeling einfach auf, man hat so viele Monster und so viele Monsterkostüme, die man sich alle am liebsten so als Actionfiguren nehmen und alle schön hinstellen möchte und sagt, oh geil, ich will das Riesengehirn mit den Glubschaugen und ich will den Typen, der überall Hörner aus dem Kopf wachsen und ich will vor allem die Pandora, hieß die Figur, glaube ich, die aussieht wie ein riesiger, also wie ein Roboter, komplett in weiß mit Flügeln, die ihr als Brille um die Augen wachsen und einem riesigen futuristischen Superschwert und es ist einfach super viel Actionfigur-Feeling, Hut ab, Herr Kostanski, das haben sie wirklich super hingekriegt, ist super schön anzuschauen, oft hat er es auch untermalt, gerade was so Rückblenden angeht, also wir befinden uns im überwiegenden Teil des Films auf der Erde, aber es gibt auch Rückblenden, um zu sehen, wie ist denn Psycho Gorman zu dem Motherfucker überhaupt geworden und dann gibt es dann die Befreiung aus der Sklaverei, der sogenannten Templer, die ihn unterworfen haben und er dann per Zufall dieses Juwel findet und dadurch dann unendliche Macht und auch seine Foltergelüste und Rachegelüste dann endlich ausleben kann an seinen Peinigern. Ich musste zum Teil an Kung Fury zum Beispiel denken, also sehr starke Pseudo-Blade-Runner-Vibes, also so dieses futuristische, auch mit diesen typischen Synthesizer-Sounds im Hintergrund und lila, blau, grün als Farbelement, also super viel CGI bei diesen Flashback-Szenen. Das sieht nicht immer geil aus, man darf aber nicht vergessen, Psycho Gorman war ein Kickstarter-Projekt im Prinzip, also die Grundidee war vorhanden, aber um bestimmte Elemente einbauen zu können, gab es auch Crowdfunding, was der Herr Kostanski angekurbelt hat, um bestimmte Effekte einfach generieren zu können, um zu sagen, okay, ich hole mir damit die Leute ran, wir holen uns damit das Material überhaupt ran, um so viele verschiedene Modelle, die so geil aussehen, machen zu können und im Endeffekt sind sie, glaube ich, auf knapp anderthalb Millionen kanadische Dollar gekommen. Man darf nicht vergessen, Herr Kostanski ist Kanadier, also ich möchte schon fast so weit gehen und die Effekte wirklich so weit loben, dass ich sage, dass Steven Kostanski irgendwann, könnte ich mir sehr gut vorstellen, in einer Liga mit Legenden wie Tom Savini, Greg Nicotero, Howard Berger oder Robert Kurtzman spielen könnte, also so detailliert und so detailverliebt und vor allem handwerklich gut sind die Effekte gemacht. Also wenn da Köpfe abgerissen werden, dann ist es nicht einfach nur, nimm ihn und stell ihn auf die Seite, wie den Kochtopf von der Kochplatte, nein, 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 da hängt noch jede Sehne und der Knochen und die Wirbelsäule mit dran, damit man live mitfiebert und sich denkt, ach du Scheiße, tut das weh. Oder wenn er Gedärme herausreißt und sich daraus ein überdimensioniertes Kampfschwert für die Schlussschlacht bastelt. Also es ist einfach super, super durch, super crazy, super Psycho, deswegen Psycho Gorman ist genau der Name. Ihr bekommt ihr Psycho, ihr bekommt Gore, ihr bekommt Man und Woman, also ihr alle werden bedient, die Bock auf sowas haben. Es gibt allerdings auch ein paar Kritikpunkte, wo ich sage, okay, das kann man besser machen, auch bei so einem Herzensprojekt, so einem reinen, okay, wir machen einfach mal einen Film, den wir immer machen wollten und zwar geht es erstmal um die Figuren hauptsächlich und die Figuren funktionieren meiner Meinung nach nicht immer gut, denn wir bekommen eigentlich kaum einen sympathischen Ankerpunkt im Film. Also sämtliche Menschen sind eigentlich durchweg Arschlöcher, Idioten oder einfach so wie Mimi und sie ist die Hauptfigur neben ihrem Bruder, ein absolut übertriebenes Nervkind. Alter Verwalter ging mir Mimi auf den Sack. Und nicht nur mir, ich habe ihn mit ein paar Leuten zusammengeschaut und alle so, boah, die nervt ja schon nach 10 Minuten. Alter Verwalter, ich würde es ja am liebsten in das Loch schubsen, was da der arme Bruder ausbuddeln musste, nachdem er beim Crazy Ball verloren hat. Der einzige sympathische Mensch tatsächlich, der auftritt, ist der Bruder, Luke, der aber eigentlich auch nur sympathisch ist, weil er einem leidtut. Also er wird immer gepiesackt, er zieht immer den Kürzeren gegen seine Schwester, obwohl er der Ältere ist, lässt sich von ihr fertig machen und lässt sich dann auch von Psycho Gorman fertig machen, weil Mimi es Psycho Gorman befiehlt. Sie gibt dann auch mal aus Spaß den Befehl, hey, bring mal Luke um und er bringt ihn dann halt wirklich fast um und dann pfeift sie ihn zurück und beleidigt ihn dann noch, was er denn für ein Weichei sei und also es ist einfach super nervig und man hat wirklich kaum sympathische Figuren, wo man sagt, okay, man fiebert mit denen so ein bisschen mit. Dadurch ist es auch, relativ schnell ist die Sympathie bei Psycho Gorman, der eigentlich das größte Arschloch des Universums ist, aber man findet ihn tatsächlich sympathischer als dieses kleine, in Anführungszeichen, unschuldige, nervtötende Mädchen, was die ganze Zeit sich aufführt wie so ein Hulk Hogan-Verschnitt in Kinderform. Es ist einfach super übertrieben und super selbstdarstellerisch. Scheinbar durfte die Schauspielerin auch beim Dreh total overacten, also sie hat auch total freie Bahn bekommen vom Regisseur und durfte einfach mal abdrehen. Die Frage ist, war das jetzt hier gut oder schlecht? Ich fand das so mittelmäßig, also es war zum Teil wirklich lustig, zum Teil einfach nervig. Also das hätte man besser verankern können. Einfach die Story, klar, die ist zweckdienlich, die ist vorhanden. Es geht einfach immer darum, bringt diese Parteien irgendwie zusammen, die Kinder mit Psycho Gorman und dann möglichst viel Action mit anderen Aliens. Das ist die Grundannahme vom Film, das ist ja kein Geheimnis, um Gottes Willen, aber gebt den Charakteren doch mal ein bisschen mehr Profil, außer dass sie ein Arschlöcher sind oder faul oder nichtsnutzig oder egozentrisch. Also das geht anders, das geht besser, dass man auch von der Seite her einen weiteren Nervfaktor entfernt. Und was mich auch ein bisschen gestört hat, ich habe es vorhin schon mal kurz genannt, ist dieser wilde Mix zum Teil aus Animationsstilen. Und zwar gibt es, wie gesagt, hauptsächlich praktische Effekte, aber eben auch viel CGI und auch Stop Motion, was ja eigentlich cool ist, weil es handwerklich super herausfordernd ist und dem Ganzen nochmal einen eigenen Look gibt. Aber an manchen Stellen wirkt es dann so, als hätte man diese CGI-Stellen zu einer anderen Zeit gedreht als den Rest. Also es wirkt einfach viel, viel billiger, obwohl die praktischen Effekte alles außer billig wirken. Also wenn man jetzt nur diese praktischen Effekte sehen würde, würde man nicht denken, dass das Teil sich über Crowdfunding seine Effekte zusammensparen musste. Denkt man wirklich nicht, weil es einfach handwerklich wirklich gut ist. Aber diese CGI-Sachen und so, ich meine, das wurde dann auch erklärt vom Regisseur, dass sie es halt nicht anders machen konnten, aber dann lasst es doch weg. Oder verpackt das Ganze irgendwie in Modelle oder was auch immer, dass es einfach zum Stil passt. Oder man macht halt so einen Einschub und macht dann irgendwie so eine komplett durchanimierte Zwischensequenz oder Zeichentrick oder so ein bisschen wie der Comic-Style hier vorne auf dem Cover-Art zum Beispiel. Also irgend so was, was einfach das Bild nicht zerreißt, das Herr Kostanski hätte man etwas geschickter machen können. Und was mir zuletzt, auch tatsächlich gerade, weil ich solche Splatter filme, solche Fun-Splatter, wo es einfach, wo nur die Fetzen fliegen, wo es richtig auf die Fresse gibt und überall zerbersten irgendwelche Köpfe und werden eingedrückt und zerrissen und gefressen und ausgekotzt. Und hast du nicht gesehen. Gebt mir mehr davon. Und wenn er sagt, er will wirklich so eine Splatter-Party schon fast machen, die nur aus Action-Sequenzen, blöd gesagt, fast besteht, dann gibt mir die. Gebt mir mehr davon. Also der Film bietet schon viele Elemente und auch viele Szenen, die genau das bedienen. Aber es hätte ruhig, also mir kam das noch fast ein bisschen zu kurz, gerade weil zum Ende, die Idee des Endes ist super cool. Also man denkt ja dann so, okay, am Schluss treffen sie aufeinander, die Parteien, die Beschützer des Universums und Psycho Gorman und seine Crew oder Mimi und ihre Crew, wie man es sehen will. Und sie stehen sich dann in einer Lagerhalle gegenüber und sind bereit für das letzte Gefecht. Und das letzte Gefecht ist dann einfach eine super spaßige und super abgedrehte Partie Crazy Ball, also dieses selbst ausgedachte Ballspiel der beiden Kinder. Wird auch gepaart dann nochmal mit einem finalen Schwertkampf, der aber schon fast dann wieder langweilig wirkt, weil er baut sich dann zwar sein Schwert, wie gesagt, aus irgendwelchen Organen und Körperteilen seines Gegners zusammen, aber gebt mir in dem Laufe des Films noch mehr. Also eine besonders geile Stelle, wie ich finde. Und da hat er auch sich selbst ein bisschen referenziert. Da hat er einen Polizisten getroffen, auf einem Parkplatz, der ihn bedroht hat mit der Knarre und so, gehen Sie da weg. Ja, er hat ihn dann etwas gefoltert, nennen wir es mal so, und hat ihn dann zum Schmelzen gebracht. Und er wurde dann einfach ein Schmelzzombie-Polizist. Der Herr Kostanski hat sich früher natürlich auch in Kurzfilmen ausgetobt. Und er hat einen Kurzfilm, der heißt Bio-Cop, in dem es genau um solch einen zerschmolzenen, geschundenen, verstümmelten Polizisten geht, der aber nicht sterben kann und trotzdem noch irgendwie versucht, die Welt zu retten. Und dieser Polizist ist wirklich so eines der Highlights des Films für mich gewesen, weil er wirklich so durchs Bild wackelt und seine Pistole ist in seiner Hand festgeschmolzen. Und wenn er sich kommunizieren will, was nicht geht, weil er immer nur Geräusche von sich gibt, dann spallert er halt vor sich hin mit seiner Pistole. Also es ist einfach super lustig. Sowas hätten wir mehr gebraucht. Also wirklich auch mehr da noch in Action gesetzt. Es gab ein paar coole Kampf-Szenen, auch gerade zwischen Psycho Gorman und seinen ehemaligen Anhängern in einem Waldstück. Warum nicht mehr davon? Also da hätte ich mir wirklich mehr erhofft. Es gab super viele popkulturelle Anspielungen. Also unter anderem läuft Psycho Gorman gefühlt die Hälfte des Films als Dr. Alan Grant aus Jurassic Park verkleidet, um ihn zu tarnen. Aber ja, dass das nicht so wirklich klappt, kann man sich denken, weil sie erkennen ihn trotzdem alle. Aber es sieht ein bisschen humaner tatsächlich aus. Aber es gibt so viele Anspielungen, die auch gut gepasst haben. Aber ich hätte mir gewünscht, eine bessere Balance zwischen Dialogen und popkulturellen Witzen und Gore. Dass man wirklich einfach den Titel ernst nehmen kann und sagen, hey, das ist Gorman. Also wirklich 90 Minuten Power. Das hätte ich mir gewünscht. Also mein Fazit zu Psycho Gorman ist aber trotzdem ein sehr, sehr positives. Der Streifen haut richtig auf die Kacke und er macht richtig Feds. Und ich kann es verstehen, dass der durch die Decke ging, nachdem er auf sämtlichen Filmfestivals der Welt irgendwie mal gezeigt wurde, auch hier im Fantasy Filmfest 2020 lief und die Leute ihn einfach gefeiert haben und das geil fanden, dass er so auf die Kacke haut. Und das finde ich auch geil. Er haut wirklich auf die Kacke, hat ein super geiles Design, einen super geilen Look, super viele Anspielungen und baut einfach auf so geile Elemente aus dem Actionfiguren-Genre. Man fühlt sich wirklich, als wäre man wieder 12 in den 90ern und denkt so, oh, wie geil, ich will auch so einen Typen. Ich will auch so einen. Der bei mir hier rumsitzt und Leute bedroht und Menschen explodieren lässt und zwischendurch mal Klopf-Klopf-Witze mit mir reißt. Das wäre cool. Jeder sollte einen eigenen Psycho-Gorman haben, by the way. Deswegen ist Psycho-Gorman definitiv eine Empfehlung für alle Trash-Fans da draußen und die, die es noch werden wollen, die einfach mal sagen, ich will mal einen lustigen Abend haben, gönnt euch Psycho-Gorman. Gibt es aktuell zum Beispiel in der Fassung hier bei Kochfilms, kann man sich den im Shop bestellen. Gibt es aber auch bei Amazon. Ich glaube, ab April kommt dann auch die normal DVD- oder Blu-ray-Fassung raus. Also da könnt ihr euch dann spätestens gönnen, aber gebt ihn euch auf jeden Fall. Große Empfehlung von mir. Wenn ihr nochmal ein ausführlicheres Feedback und Fazit und auch ein paar Trivia-Facts, also was ist denn so hinter den Kulissen passiert, was ist gut gelaufen, was war vielleicht ein bisschen skurril und überhaupt nicht so geplant, das erfahrt ihr in der Langfassung von meinem Review, nämlich über meinen Podcast auf Trashtoucher.de oder auch überall, wo ihr Podcasts hört, einfach nach Trashtoucher suchen. Da könnt ihr es dann am Montag, dem 1. März, in voller Länge genießen. Da kann ich mich dann nochmal ergötzen und nochmal ein bisschen mehr Input für euch liefern. So, hier ist auch schon das gute Media Book zu Psycho Goreman von Kochfilms. Das hier ist die exklusive Cover-Version des Media Books aus dem Kochfilms-Shop. Es gibt noch, wie gesagt, eine andere von Amazon mit komplett in schwarz, mit mehr Gore-Elementen, hat schon eher dann was so Höllenmäßiges mit Gedärmen und merkwürdigen Verwurstungen und was. Ich fand aber das Cover tatsächlich ansprechender, weil, ich sag mal, Gore-Cover gibt's ja wie Sand am Meer. Also, das ist jetzt nichts Neues, sag ich mal. Es sieht geil aus, ganz klar. Aber ich find, das hier hat, gerade weil es so cartoonesk wirkt, weil es so, wie aus so einem Cartoon-Comic oder Ähnlichem unterstreicht das ja nochmal diesen Charakter, den Psycho Goreman beziehungsweise PG entsprechend hat. Und deswegen hatte ich sehr schnell mich dafür entschieden, die Version hier zu bestellen. Das hier ist die Vorderseite mit allen Hauptcharakteren. Also wir haben hier Luke, wir haben hier Mimi, wir haben hier die Eltern, wir haben hier natürlich Psycho Goreman in der Mitte, wir haben Alistair, den besten Kumpel von Luke, der in einem Anflug von Liebeswallung durch Mimi vom Psycho Goreman verwandelt wurde und deswegen ein watschelndes Hirn mit Augen geworden ist. Und auch der Gigax-Rat, also die, quasi die politische, das politische Gremium der Galaxis ist hier hinten zu sehen mit der Templar, die auch gegen Psycho Goreman am Ende kämpft. Also sehr cool in Szene gesetzt. Ich weiß jetzt nicht, warum die Anordnung so erfolgt ist, denn ich muss sagen, der Rat hat im Vergleich jetzt zum Beispiel zur Pandora doch weniger Screentime. Deswegen verstehe ich vor allem nicht, weil er ist scheinbar der Ratsvorsitzende aus dem Film, warum er unbedingt jetzt hier in extra groß oben erscheint. Also da hätte ich doch eher sie tatsächlich nach oben gesetzt, aber gut, kann man natürlich so, Design ist jetzt nicht, ist jetzt kein Verbrechen, man erkennt die wichtigsten Figuren wieder. Wer mir tatsächlich aber fehlt, und das finde ich ein bisschen traurig, ist der Zombie-Cop, der geschmolzene Zombie-Polizist aus Psycho Goreman. Der hätte doch auch auf jeden Fall aufs Cover gehört, finde ich, weil der hat definitiv eine größere Rolle und auch welche der besten Szenen. Aber gut, das hier ist die Vorderseite. Ihr seht, das FSK lässt sich abknibbeln, also keine Panik, kann man sich wunderschön selbst befreien. Das ist die Rückseite an der Seite. Ich finde, es hat eben auch wirklich, es wirkt sehr unauffällig, also man denkt jetzt nicht sofort an eine Horror-Comedy in dem Sinn, sondern nicht an so einen brutalen Film, wie es ja eigentlich ist. Es wirkt doch eher wie so, oh, das sieht aus wie so ein Anime tatsächlich, so im Regal, also der würde da gar nicht auffallen. Finde ich irgendwie ganz witzig. Und auch die Rückseite und hier kommen wir jetzt ein bisschen mehr Back to Business. Hier haben wir jetzt weg von dem Cartoon-Cover in der Mitte Psycho Gorman, wie er auch im Film erscheint. Also das ist jetzt fotorealistisch, auch mit den beiden Kindern im Hintergrund. Hier der Schriftzug ist allerdings erhalten geblieben. Es gibt ja auch den Schriftzug, bei dem Gorman dann in Blut geschrieben ist, zum Beispiel. und nochmal ein paar kleine Szenenbilder aus dem Film. Genau. Also ich finde es im Ganzen eigentlich ein sehr schönes Media Book. Wie gesagt, die Vorderseite hat mich wirklich getriggert. Ich finde die wirklich cool gemacht, dieses Cartoon-mäßige. Ich hätte es natürlich richtig cool gefunden, wenn es auf der Rückseite noch irgendwie weitergegangen wäre. Aber ich meine, man muss ja dann auch irgendwo sehen, um was geht es in den Filmen, um einfach keine Verwirrung zu stiften. Weil wenn du hinten und vorne auf einmal eine Cartoon-Seite hast, denken die Leute wirklich, okay, es ist ein Comic oder ein Cartoon einfach. Aber ist es ja nicht. Und ich meine, das Ding hat nicht umsonst eine FSK 16 gekriegt. Also kann ich auch von daher unterschreiben. Also ist absolut nicht störend. Dann schauen wir doch mal nach innen. Machen wir das Ding mal auf. Und es wird dunkel. Denn hier haben wir jetzt die Blu-Ray einmal. Mit dem Rücken von Psycho Gorman. Der hier wunderschön sich abzeichnet mit diesen Rippen und diesen Stacheln. Also ich finde, das ist super geil. Das designt das Viech. Und ist auch hier entsprechend einfach nur eingelassen. Und drunter sind ein paar rote Blitze. Nichts weltbewegendes. Dann haben wir hier den Einstieg mit einer Halb-Profil-Ansicht von Psycho Gorman. Dann geht es weiter mit einer Doppelseite, die leider etwas missglückt ist, muss ich sagen. Denn hier, die Mitte ist doch etwas zu eng bemessen. Deswegen fehlt, blöd gesagt, ein Stück von seiner linken Gesichtshälfte. Das macht es ein bisschen schade, weil es wirkt so, als würde ihm das Ohr so aus der, ja eigentlich ist es schon noch der Wangenknochen und nicht ganz die linke Seite. Also hier wurde, ist der Bildausschnitt leider nicht ganz gut gewählt. Ist ein bisschen schade. Wäre ein sehr cooles Motiv gewesen. Dann geht es im Schwarzen weiter. Und das zieht sich jetzt auch durch das gesamte Booklet durch. Also das Ding ist 24 Seiten stark und hat einen sehr, sehr, sehr empfehlenswerten Text. Wie ihr seht, und sehr viel Text. Aber wirklich, wirklich sehr lesenswert. Das ist von dem guten Kollegen Stefan Jung, der auch zum Beispiel für die Deadline, für das Deadline-Filmmagazin schreibt, für das ich ja auch nebenher schreibe. Also von daher kenne ich ihn zumindest vom Namen her. Und ich weiß, er macht hier gute Arbeit und schreibt wirklich sehr ausführlich und recherchiert wirklich gute Sachen. Und man lernt immer auch was Neues. Und er geht auch wirklich hier auf den Background von Kostanski ein und auf seine frühen Werke. Und das ist richtig, richtig cool. Deswegen auf jeden Fall lesen. Das ist richtig, richtig gut. Hier haben wir zum Beispiel auch wieder eine Seite mit einer Szene. Was ich ein bisschen schade finde, es ist halt, dadurch, dass es alles schwarz hinterlegt ist und diese Szene ist sehr dunkel. Das heißt, man muss wirklich nah rangehen, um zu erkennen, was da passiert. Dass da der junge Luke übersitzt mit Psycho Gorman, ist ein bisschen zu dunkel, finde ich fast. Also kann man nicht so gut erkennen. Dann geht hier noch mal der Text weiter. Also es ist wirklich viel Text, aber wie gesagt, lohnt sich definitiv. Jetzt sind wir in der Mitte angekommen. Das Mittelcover ist definitiv ein Highlight. Auch vielleicht ein kleines bisschen vom Bildausschnitt her zu eng gewählt, dass der Kopf zu schmal aussieht. Das macht aber nichts, weil die Szene ist im Film eine der witzigsten Szenen tatsächlich. Ich habe mich so beäumelt. Deswegen finde ich es echt cool, dass das in der Mitte gelandet ist, weil das einfach so eine coole Szene war. Und auch das Design mit diesem Lila, das passt ja gut zu dem Schwarzen. Drumherum ist so ein Highlight einfach in der Optik richtig cool. Dann kommt noch hinterher, also wir hatten hier vor, den Text von Stefan Jung, in dem er allgemein über Psycho Gorman und den Kontext schreibt und über den Regisseur. Und jetzt kommt noch mal ein Interview mit Kostanski. Und das ist richtig interessant zu lesen, weil Kostanski hier wirklich offenbart, was er doch blöd gesagt für ein Kindskopf ist und das nicht im negativen Sinne, sondern wie viel er in diesen Film reingesteckt hat, um einfach mal zu machen, auf was er Bock hatte und zwar schon immer Bock hatte. Und genau, also richtig interessant zu lesen. Er war da auch sehr offen, wie ihr seht. Also der hat auch wirklich viel erzählt und auch, genau, also auch wieder hier garniert mit Szenenbildern. Das finde ich jetzt wieder passender vom Kontrast her. Das ist nicht zu dunkel gehalten, auch gerade durch die Streamen, beziehungsweise die Narben. Und hier sieht man zum Schluss nochmal ein Foto von Kostanski, der vom Interview, wo er sogar extra ein Psycho Gorman T-Shirt angezogen hat. Also super witzig, der Typ. Also kann man sich wirklich merken. Der, der, der wird es noch weit bringen. Und ich glaube, der ist auch sehr fanfreundlich unterwegs, der gute Mensch. So, jetzt sind wir schon auf der Hinterseite. Was ein bisschen schade ist, wir haben hier nicht dasselbe Bild, wie ganz am Anfang von Booklet. Ihr erinnert euch, das war das hier mit dem abgeschnittenen Ohr. Es ist aber fast dieselbe Szene, nur nochmal ein paar Frames weiter. Finde ich zwar so als Rahmen ganz interessant, aber da hätte ich mir tatsächlich dann nochmal eher was anderes gewünscht. Also es ist fast eigentlich dasselbe Bild, auch wieder ein bisschen verschnitten. Also hier ist das Ohr gar nicht mehr zu sehen. Also von daher, das ist leider nicht so ganz geglückt. Dafür gibt es aber auf der rechten Seite vom Booklet im Inlay nochmal Psycho Gorman in einer anderen Pose als hier vorne. Hier gab es ja wirklich das Halbprofil. Hier ist sogar nochmal der Oberkörper mit drauf. Und hier drüben haben wir dann die DVD vom Psycho Gorman auch nochmal natürlich mit dem Film drauf. Soweit zum Media Book an sich. Vom Zustand her, was drin ist. Ich würde gerne noch kurz auf die Features eingehen. Und zwar, was ich besonders hervorheben möchte, den Audiokommentar von Kostansky selbst. Also er spricht auch einen Audiokommentar ein als Regisseur und da erfährt man super viel über den Film und wie er auf bestimmte Ideen gekommen ist und was da so im Hintergrund lief. Also wirklich mega viel Trivia erfährt man da. Dann hat er auch nochmal ein sehr ausführliches Interview gegeben. Dann bekommt man auch Interviews mit Cast und Crew. Das ist so, ja so Pseudo, also aus den Rollen heraus erzählen die sich so eine eigene Biografie, fand ich jetzt so, meh. Behind the Scenes, da guckt, kriegt man einen Einblick in den Creature Shop, also in die Werkstatt, in der die ganzen Kostüme und Masken gemacht wurden. Fand ich richtig cool gemacht. Und ja, Trailer, Bildergalerie, altbekanntes. Also von daher, also wirklich den Audiokommentar, die Interviews und dieses Behind the Scenes kann man sich wirklich geben und angucken. Und das war auch schon mal die Vorstellung des Media Books von Psycho Gorman. Ich finde insgesamt ein sehr, sehr wertiges und wirklich auffälliges Media Book, weil es für diesen Film eben so untypisch und doch wieder typisch ist und deswegen auf keinen Fall im Regal fehlen darf. Also Psycho Gorman sollte euch sowieso ja gönnen, wenn ihr wirklich mehr so diesen Humor so ein bisschen cool findet und sagt, okay, so ein Comic Cover zum Beispiel gefällt euch auch ganz gut, ist mal was anderes, so ein bisschen Anime-mäßig schon fast, dann holt euch das auf jeden Fall. Ansonsten, wie gesagt, gibt es auch noch die Alternativfassung bei Amazon. Ich glaube allerdings, die ist vergriffen, weil die halt relativ schnell die Leute sich drauf gestürzt haben. Von daher, das hier gibt es aber, soweit ich weiß, aktueller Stand noch. Deswegen holt es euch gerne. Ich finde es cool und ich hoffe, ihr findet es auch cool. Dankeschön. Okay, das war die erste Folge vom Trashtaucher mit einem Review und Unboxing hier auf YouTube. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen da, abonniert den Kanal. Hier wird in nächster Zeit regelmäßig was hochgeladen. Also seid auf jeden Fall gespannt, was hier kommt. Also solche Sachen werdet ihr in Zukunft hier häufiger zu sehen und zu hören bekommen. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr einen netten Kommentar da lasst. Jedes Feedback nehme ich an. Und dann sage ich mal Ciao und bis zum nächsten Mal. Euer Trashtaucher. Euer Trashtaucher. Daumen hoch78-883-J212 Euer Trasqual Euer Trashtaamura